Der deutsche Reiseveranstalter Alltours will, wie berichtet, ab Herbst in seinen 35 All-Sun-Urlaubs-Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland nur noch Gäste mit Corona-Impfung einchecken. Fluglinien überlegen ähnliche Schritte. Und Griechen-Premier Kyriakos Mitsotakis fordert seit Monaten einen EU-weit gültigen Corona-Impfpass. Personen, die geimpft sind, müssen frei reisen dürfen, sagt er. Israel, der Impfweltmeister, präsentierte zu Wochenbeginn als erstes Land einen digitalen Impfpass, der in Zukunft Reiseerleichterungen bringen wird. Ein derartiges Dokument könnte es demnächst auch in der EU geben. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs prüfen derzeit Vorschläge. Österreichs Hoteliers wären jedenfalls dafür, wie zum Beispiel Matthias Winkler, der Chef des Wiener Hotels Sacher. Die ersten Starten machen es bereits. Man darf zuerst nur getestet, später dann nur geimpft in Hotels. Auch Fluglinien setzen darauf, so die Argumente. Winkler ist überzeugt. Es wird eine Form der Realität werden. Er werde sich dafür einsetzen, dass man entweder überprüft oder geimpft ins Sacher kommt. Es geht ja um die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter. Bei einem Tourismusstaat wie Österreich erwartet er da aber allgemeine Richtlinien für alle. Ähnlich sieht das der Kitzbühler Hotelier Christian Harisch. Die, die geimpft sind, sollen deutliche Erleichterungen bekommen. Das wäre sinnvoll. Er findet es gut, weil es sinnvoll ist und würde das sogar noch erweitern. Nur, nicht nur die, die geimpft sind, sollen Erleichterungen bekommen, sondern auch jene, die über ausreichend Antikörper verfügen, sollte der Zutritt gewährt werden. Und der digitale Impfpass ist ohnehin geplant. Wie in Israel bekommt man den Covid-Impfnachweis dann aufs Handy geschickt und fertig.